Und deshalb sage ich Ihnen ganz offen, Fehler machen gehört zum Unternehmertum. Ich habe zig Fehler gemacht, aber Fehler, die ich verantworten kann, die ich auch bezahlen kann und nicht meinen, ich muss nicht, ich sage da Beispiele, wie ich lese in meiner Branche, der hat 50 Geschäfte gemacht, ich mache eins und wenn das passt und stimmt, das zweite. Die anderen machen 50 und anschließend jammern sie, verstehen Sie? Und das gibt es nicht. Wir müssen die Fehler machen, ist gut, auch meine Mitarbeiter dürfen konstant Fehler machen, aber sie müssen aus den Fehlern lernen. Das Schlimmste ist, wenn einer einen Fehler verteidigt, dann meint er ja, der wäre richtig gewesen. Und deshalb sage ich, Fehler machen, kein Problem, aus den Fehlern lernen.